One Fight Night ist stolz, Ihnen den Mittelgewichts-Weltmeisterschaftskampf nach WKA präsentieren zu dürfen. Der Herausforderer aus der Schweiz, in der Roten Ecke, ein weiteres Mal bei uns im Hallenstadion, bei seinem ersten Weltmeisterschaftskampf mit 1,65 Meter und 71 Kilogramm, Marino de Florie! Die Weltmeisterschaftskampf mit 1,65 Meter und 71 Kilogramm! Die Weltmeisterschaftskampf mit 1,65 Meter und 71 Kilogramm! Die Weltmeisterschaftskampf mit 1,65 Meter und 75 Kilogramm! Der Herausforderer aus der Schweiz, Marino de Florin! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Meine Damen und Herren, die Schweizer Nationalhymne. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay? No attack growing. Okay? Don't show it. Okay? It is title match. Clean fight. Clean fight. Okay? 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 Yes, go up. Judge. 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 Okay? Go! 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 We are the champions! Break. Break. Take these ass, point. Take events. Oh my God. Hey! Hand break! Break. Break. lawμά. 畫 these ass, point. Hey, hey! Jawohl, schön, schaffst du noch! Hey! Hey, Frank! Frank, Frank! Hopp, ich in! Hopp, ich in! Hopp, ich in! Hopp! 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 Erbrecht! 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 All right, put it down, put it down. Put it down, put it down. Put it down, put it down, put it down. Put it down. Hey! Hey! Spin on this one. All right, good. Hey! You've been in tight, Wes, you've been in tight. Hey, Briggs! Time coming, time coming. Time coming now. It's off! Come on! When he tries to knock you off, you've been in tight, put it down! Waaah! 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 Blink, blink, blink! That's not true! It's very good, man. Meine Damen und Herren, herzlichst uns im Ring, unsere Ring-Girls, Sonja Sarri und Ronny Gysi! Okay, second out, second out, second out! Second out, please! Second out, please! Hey, second out, let it go up! Let it go up, second out! Okay? Round number two, Marino De Florin, Dale Westman! Round number two, Marino De Florin, Dale Westman, Dale Westman, Dale Westman! Touch the top pinned, yay! Obreggs, Obreggs, not back hitting, half and dear, white! We are! мире olan, gere haters! One turn, key! Ldempr Gore! Ldempr Und hier ist das für her! Angle body. Angle body. Angle body. Chin down. No! Hand, hand. Halt! Back to the body. Hey! Chin down, guys. Chin down. Come on, you can do it. Hey! Ja, come on! Straight up on him, that's it! Straight up on him! A break! A break! In this house! Put! Jawohl! Jawohl! A break! A break! In this house! Fight! Jawohl! Jawohl! A break! Jawohl! Fight! Rig! Jawohl!! Jawohl! 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 A break! Hoorat? Board, Board, Board Board King! Fight! ου! Hezza! Good night! Applaus Meine Damen und Herren, Tanja Nocco und Vivian Sauta, Dankeschön! Und meine Damen und Herren, feuern Sie unsere Kämpfer an, der Herausforderer aus der Schweiz, Marino de Florin, World Champion, Dale Westerman! Applaus 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 Hite Hite Hike es, Frank. Frank, Frank, Hike es, Frank. Hey! Come on, keep working on him. Hey! Keep working on him, Wes, that's it. Come on. Hey, Blake! Frank, no hold, okay? No hold, don't. Hike! Hold, hold, shut. Hold, hold, hold. Hold, hold, hold. Hold, hold, hold. Hold, hold, hold. Hey! What? Niederkombinationen mit Beinschleif, Lohnsicht, 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 Lohnsicht! Lohnsicht, Lohnsicht, Lohnsicht! Lohnsicht, 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 Lohnsicht! Wir hören uns, Okey-reif ein Wochenende kommt zumあーm! Glaub ich uns zu weiss, Lohnsicht! Hör, eine Staat zu! définir es nicht! Schlag obenHEN! Okay, okay, okay. Keep going. Okay, punch! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Upward, upward! Yeah, yeah, yeah! Round 3! ... ... ... ... ... ... ... ... Meine Damen und Herren, bitte helfen Sie uns mit, dass wir wirklich faire Kämpfe haben. Wir tun alles für die Gesundheit unserer Sportler und wenn es bei einer Verlänzung kommt, setzen wir sofort unsere Ringe ein, um den Kämpfer weiter zu machen. Die WKA-WRL-Championship-Title-Matsch, Marina Deflamin, Dave Westermann! Die Breg Latte, der Breg Latte! Die Breg Latte er issues uns, die politische적ische Diskussion umviel. Die Breg-Werche Fund注aten undokin. Lägg! Ja! Lägg! Halt! Komm her, die haben gut. Ich bin hier auf. Komm her, Kölner! Anker! 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 Lägg! Lägg! Vierer! 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 Kommst es an! Du bist da, du bist da! Aufhör! Komm! Kommst es an! Kommst es an! Kommst es an! An Breit! An Breit! An Breit! An Breit! Preik die Stas. Fight! An Breit! An Breit! An Breit, Anbreit! dying 3. 5. 5. 6. 5. 6. You have no hole in your game? Fight! I'm right! Next is us! Fight! Get your head off! Fight! Hand up! Hand up! Hand up! Hand up! Hand up! Get the Tigers! Go! Round number four! Nächste Rund. Nächste Rund. Nächste Rund. Nächste Rund. Nächste Rund. Meine Damen und Herren, Marino Deflorin. Gail Westerman. Nächste Rund, vitalkeit. Which only triple a change. Nächste Rund, NV. Senhoras GOTTA, Edge. Komm schon! Komm schon. Komm schon! Komm schon! Komm schon jetzt! Komm schon! Schalte Niedel! Schalte Niedel! Komm schon! Schalte Niedel! Auf den Kampus. Komm schon. Wiener Stiles! Komm schon! Ich habe ein Schubbock. Das ist es! Keep working! Keep your hands up high! Keep your hands up high! Point him! Point him! Point him! Keep your hands up! We're saved! Das ist die Idee. Come on, come on. Brakes, Brakes, Brakes. What? Come on, Tee now. Tee now. I'm Brakes. Brakes, Brakes. Come on, bring it up. Come on. What? Come on, you got one and a half to die. One and a half to die. Tee now, that's great. Come on, one and a half to die. Come on, come on, he's dying. He's dying. Come on. Put it on. Yes. Come on. Leave our foot somewhere. Come on. Come on. Come on, Tee now. Slip, slip, slip. Slip, slip. Okay. What? I told you, Lord, it's gone. Come on, to hell. I'm talking about George and I, Tee now. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Oh, he's doing good. He's doing good. Everybody. You got work. You got a work. Go. Hey, We got enough. You got enough. I'm trying to meet you. Hey. Break. Das war's, das war's, das war's. Weg, 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 weg! Liga! Meine Damen und Herren, das war unser erster Weltmeisterschaftskauf. Und jetzt erwarten wir natürlich mit Unspannung das Resultat des Kampfgerichts. Und ich denke, die beiden Kämpfer haben sich bereit. Einen großen Applaus verdienen die Herausforderer in der roten Ecke, Marino De Florin. Hochstab Thiel der Weltleister, der reigning world champion, Dave Westerman. Dave Westerman. Come in, Santa. Steck. Ja! Komm! Ja! Wir gehen in diese Richtung! Komm! 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 Ja! 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 Die legendärische Halle der Südkirche! Ja! Ja! Meine Damen und Herren, danke schön, wir haben das Resultat. Meine Damen und Herren, die Winner und neue Weltchampion in der Red Corner mit 2 zu 1, Marino de Floris! Der neue Weltmeister aus der Schweiz, Marino de Floris! Meine Damen und Herren, er kam extra aus Australien hierhin und er hat sich in der berühmt-berüchtigen Zürcher Arena seinem Gehirn gestellt. Einen ganz, ganz großen Applaus, eine große Hand! All the way from Australia, Dale Westerman! Thank you very much, Dale! Und hier, meine Damen und Herren, der Gürtel für den neuen Weltmeister! Meine Damen und Herren, und ich übergebe ganz kurz das Mikrofon Dale Westerman, der gerne ein Wort an Sie richten würde! Danke für mich, das ist ein schönes Land, es ist ein schönes Land, es ist ein schönes Land. Gott lieb. Danke sehr, Dale Westerman! Ein absolut fairer Verlierer hier in Zürich! Ein absolut fairer Verlierer hier in Zürich! Marino de Floris! Meine Damen und Herren, und Sie wollen sicher auch kurz hier im Ring Marino hören! Wollt ihr Marino hören? Er liebt es nicht, aber das Publikum liebt ihn, Marino! Also zunächst möchte ich euch allen danken, dass ihr mir so vollkommen habt, den Möweinschafts-Titel zu erinnern! Und zu zweitens, mit dem wir bei der Westerman, dass er so einen anderen Karten geöffnet hat! Und, ja, wir freuen uns, dass ihr den Titel hier habt! Danke vielmal! Marino de Florin! Meine Damen und Herren, wir haben einen zweiten Weltmeister in der Schweiz, Marino de Florin! Meine Damen und Herren, das war der erste Höhepunkt der diesjährigen, der fünften Feldschlösschen K1 Fight Night hier im Zürcher Hallenstadion! Und wir versprechen Ihnen, es geht in diesem Tempo weiter! Meine Damen und Herren! Are you ready for the next show? Meine Damen und Herren, das war nicht allzu viel! Are you ready? Okay! Und meine Damen und Herren!